habt ihr interesse daran kostenlos in einem hotel zu wohnen sogar bettwäsche wird kostenlos zur verfügung gestellt ihr habt ein eigenes badezimmer es wird essen durch die tür durch eine klappe in der tür in das zimmer reingereicht die aussicht ist ein bisschen eingeschränkt denn dort sind gitterstäbe aber ansonsten ist es dort sehr sehr gut da kommt aber leider nicht jeder hin das ist nur für quarantäne verweigerer das ganze ist in schleswig-holstein in der kleinstadt neu münster das ist doch ganz wunderbar schönen tag noch